Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Und zwar haben wir es heute zu tun mit 14 neuen Mods und 5 Updates. Bevor wir hier doch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Sarah, Barkas, Leo, Christian, Jadenis, Jens, Holger und Peter für die Abos und Mike für die 5 Euro Superchat vom letzten Donnerstag. Ganz ganz herzlichen Dank dafür. Ich werde heute die Mods vorstellen, die am Samstag und am Sonntag respektive inklusive heute herausgekommen sind. Die vom Freitag, die sind schon zu weit weg. Das lassen wir dann einfach aus. Aber auf jeden Fall darf ich heute vorstellen, auch noch eine neue Marke, die zurückkommt in den LS22. Eine Marke aus Brasilien. Die Marke heißt Bandeirante und die schauen wir uns dann natürlich auch gleich noch an. In Kombination mit den Mods, die heute herausgekommen sind. Wie immer starten wir jedoch mit den Updates. Und das erste Update kommt für das Class-Taktoren-Pack von Schnippel-Modding. Downloadgröße 63,26 MB jetzt in der Version 1.1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Xerion 4500-5000 hinzugefügt. Das nächste Update kommt für den Massey Ferguson 8700S von LS Agrar Ole. Downloadgröße 16,43 MB jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Isobuzz-Verbindung hinzugefügt. Neue Details hinzugefügt. MF 8735S hinzugefügt. GPS-Terminal hinzugefügt. Diverse Anpassungen, Lichter überarbeitet, Isara Compact Pro hinzugefügt, Precision Farming DLC. Die Pferdeweide kriegt das nächste Update. Dieser ist von ACVR, Downloadgröße 3,01 MB jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Fixed-Test-Area. Wir machen weiter mit dem nächsten Update. Dies ist für die platzierbaren Füllstationen von ACVR, Downloadgröße 3,54 MB jetzt in der Version 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Preise und Beladegeschwindigkeit angepasst. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Update für heute. Und zwar kommt dies für die Betontrennwand von Dazet. Downloadgröße 0,26 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, 3-Block-Option hinzugefügt und 5-Block-Option hinzugefügt. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese Class Corto 290FN. Diese kommt von Agradesign Austria, Downloadgröße 7,9 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Frontmähwerk mit einem Gewicht von 630 Kilo, braucht 60 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,9 Meter, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 kmh und kostet 3900 Euro. Die Typenbezeichnung kann geändert werden, zwar von Design 1 zu Design 2 und Design 3. Und es können noch Warnschinde hinzugefügt werden, das sind diese hier. Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Grau und Grün und betrifft die Trommeln im Innenraum. Und die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Grau, Schwarz, Weiß, Gelb und Blau und betrifft diesen Vorhang. Wir kommen zum Lizard AD 7000, dieser kommt von Langreo Modding, Downloadgröße 3,13 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Streuer, der gebraucht werden kann für Mineraldünger und Kalk mit einem Volumen von 7000 Litern, wiegt 2 Tonnen, hat eine Streuweite von 42 Meter, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 18 kmh und kostet 23.000 Euro. Wir kommen zum Fliegel Tool Pack, dieses kommt von Agrardesign Austria Downloadgröße 2,62 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei Ballenzangen, und zwar die eine kommt mit einem Gewicht von 160 Kilo und kostet 1047 Euro. Die Farbe kann gewählt werden zwischen Rot und Schwarz. Und mit dieser Zange können Ballengrößen von 1 Meter bis 1,80 Meter transportiert werden. Dann gibt es noch den Bail Grab Profi Kombi, und zwar ist das diese hier. Der wiegt auch 160 Kilo und kostet 1309 Euro und kann Ballen aufnehmen mit dem Umfang zwischen 1,10 Meter und 1,80 Meter. In der Mod-Beschreibung steht bei diesem hier geschrieben, dass dieser Eingewicht hätte von 210 Kilo. Hier steht aber 160, da ist also auch wieder ein Fehler. Und hier kann aber keine Farboption gewählt werden. Wir kommen zu der ersten Mod, die am Samstag herausgekommen ist. Und zwar ist das der Bandeirante Hexline 1050. Kommt von Bandeirante, Downloadgröße 23,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Frontlader mit einem Gewicht von 790 Kilo und braucht 150 PS. Der Preis 5.400 Euro. Dazu kommt natürlich eine Schaufel mit dem Gewicht von 351 Kilo und dem Fassungsvolumen von 1.000 Litern. Der Preis 800 Euro. Dann haben wir einen Planierrechen. Der wiegt 400 Kilo, hat eine Arbeitsbreite von 2,60 Meter und kostet 600 Euro. Dann haben wir den Big Bag Heber, der kommt mit dem Gewicht von 237 Kilo und kostet 3.000 Euro. Dann gibt es noch das Planierschild. Und zwar wiegt dieses 48 Kilo und hat eine Arbeitsbreite von 2,60 Meter. Der Preis 600 Euro. Des Weiteren gibt es dazu auch noch eine Poltergabel mit dem Gewicht von 385 Kilo und dem Preis von 800 Euro. Der Silagegreifer, der hat ein Volumen von 810 Liter, wiegt 268 Kilo und kostet 2.100 Euro. Die Ballengabel, die kommt mit einem Gewicht von 94 Kilo und kostet 600 Euro. Des Weiteren gibt es dann noch eine Palettengabel. Diese kommt mit einem Gewicht von 187 Kilo und kostet 800 Euro. Und als guter Letzt gibt es eine Folienballenzange und zwar wiegt diese 225 Kilo und kostet 1700 Euro. Die nächste Mod vom Samstag heißt Bandai Rante Rastor H7 von Bandai Rante. Downloadgröße 9,21 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pflug mit einem Gewicht von 4 Tonnen, braucht 210 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,20 Meter, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 kmh und kostet 39.500 Euro. Das Lizard LW-1015 kommt von Tamezi, Downloadgröße 1,98 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind dies Fässer, die mit allen Flüssigkeiten beladen werden können, das heißt Milch, Wasser und so weiter und so fort. Ladevolumen 1500 Liter, Gewicht 1 Tonne und kostet 750 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe, was die Fässer betrifft, natürlich auch. Diese Fässer können sowohl vorne als hinten angehängt werden. Denn wenn man das umschalten will, von Vorwärtsbeleuchtung, einfach die X-Taste drücken und dann wird umgeschaltet auf Rückbeleuchtung. Die nächste Mod heißt Bandai Rante Attacker 20.000 von Bandai Rante. Downloadgröße 18,09 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Überladewagen mit einem Volumen von 20 Kubikmetern, wiegt 3,7 Tonnen, braucht 120 PS und kostet 130.000 Euro. Das Design kann gewählt werden zwischen rostfreiem Stahl und der Standard-Version. Ebenfalls von Bandai Rante kommt der Virtuos 1300, natürlich von Bandai Rante Downloadgröße 7,19 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieser Düngerstreuer, kommt mit einem Volumen von 1300 Litern, wiegt 215 Kilo, hat eine Streuweite von 36 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 18 kmh und kostet 3000 Euro. Wir kommen zum Class Xerion Tour Edition. Dieser kommt von Ansgar Endplay und Schnibbelmodding Downloadgröße 15,47 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das der 4200er Strich 5000er Xerion in einer Ausführung, die absichtlich so gemoddet wurde, weil sich ja Ansgar in der nächsten Woche auf den Weg macht mit einem solchen Xerion quer durch Deutschland, besucht dann einige Höfe und endet dann seinen Rundkurs oder seinen Kurs in Erlangen beim Hauptsitz von Giants Softwares. Dieser Traktor kommt mit einem standardmäßigen Leistung von 420 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 930 Litern, 88 Litern DEV, 50 kmh ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 16,4 Tonnen. Der Preis 409.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin Continental, Mittas, BKT Friedestein, Klaas und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich natürlich nicht durch, aber wir haben gesehen, dass die Version Klaas, da gibt es also die Trax. Design gibt es EU oder US. Zusatzgewicht kann hinzugebaut werden und zwar hinten drauf und zwischen 0 und 3400 Kilo. Warentafeln gibt es natürlich auch, das sind diese hier. Anbaukupplungstyp kann gewählt werden zwischen Frontgewicht 1800 und so weiter und so fort bis und mit zum Dreipunkt. Das maximale Gewicht, was vorne angehängt werden kann, sind 3400 Kilo. Bei der Motorenausführung haben wir den 4200er mit 420 PS, den 4500er mit 480 PS und den 5000er mit 530 PS. Und ich glaube, es ist schon fast wieder passiert und zwar kommt dieser Lizard Anbau-Aussaat-Gruppe von Pushcap, Downloadgröße 5,12 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Gruppe mit einem Gewicht von 385 Kilo, braucht 65 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, 15 kmh ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 3900 Euro. Die Sonderheit hier ist, dass man hier natürlich hinter diesen Grupper noch die Sehmaschine anhängen kann, daher auch der Name Anbau-Aussaat-Grupper. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Farbpalette hier und betrifft den Rahmen und die Designfarbe kann gewählt werden aus derselben Farbpalette und betrifft die beweglichen Teile. Und wir kommen zum Bandeirante Rastor V11, dieser kommt von Bandeirante, Downloadgröße 19,15 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das der große Bruder von dem einen Flug, den wir schon gesehen haben. Dieser kommt mit einem Gewicht von 9,6 Tonnen, braucht 440 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit von 10 kmh und kostet 50.500 Euro. Wir kommen zum New Holland 300 FP, dieser kommt von STV Modding, Downloadgröße 5,24 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Front-Häcksler-Schneidewerk für Gras mit einem Gewicht von 1,5 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 20 kmh und kostet 20.000 Euro. Das Design kann gewählt werden zwischen Standard und Farbig und zwar betrifft das das Logo, Farbig ist Schwarz-Weiß und Standard ist Weiß-Blau. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb und Schwarz. Die nächste neue Mod heißt TLX 48 Fuß Tankauflieger, kommt von 82 Studio Downloadgröße 37,48 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Transport-Fass für den LKW mit einem Volumen von 67.240 Litern, wiegt 8,2 Tonnen und kostet 21.820 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard auf Unrealistisch, was dann ein Volumen entspricht von 250.000 Liter Flüssigkeit und natürlich zurück zu Normal. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Phoenix, Trilex, Vintage, Fredestein, Nokian und Continental. Dann gibt es Sonderausführung Standard, dann gibt es Black Bell, Copperhead, Silver Bee, Sad Bell und Standard. Die Beleuchtung kann geändert werden von Nein auf hinterer Ring, Arbeitsscheinwerfer oder alle beide. Warnsignale gibt es auch noch, entflammbare Flüssigkeit zum Beispiel, dann Lebensmittel, frische Milch, Milch und Wasser, nicht brennbares Gas, entflammbarer Feststoff, etc. Und da geht es weiter. Da könnt ihr genau das suchen, für was ihr diesen Tanker braucht. Lebensplanachse, das fügt hier noch eine zusätzliche Achse hinzu. Das ist diese hier, Ja oder Nein. Kunststoffe, da gibt es Nein oder Ja, hat Auswirkungen auf den Body. Fenders können hinzugebaut werden und zwar entweder vorne, hinten oder alle Fenders. Anhängerkupplung gibt es Standard oder Anhängerkupplung und zwar kann hier dann, wenn diese ausgewählt ist, kann hier dann auch noch ein Gülleverteiler angeschlossen werden. Damit kann man dann auch im Prinzip Gülle ausfahren. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der FIA 82 Studio Standard Farbpalette und betrifft natürlich den Body. Die Designfarbe kann gewählt werden aus derselben Palette, wobei ich nicht herausgefunden habe, was diese Farbe verändert. Dann die Felgenfarbe spricht natürlich für sich und kann entsprechend gewählt werden. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod von heute. Und zwar heißt diese Maschinenhalle mit Schiebetouren. Diese kommt von 750Ti Modding und Michael LS, Downloadgröße 8,67 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist im Baumenü zu finden unter Gebäude und Hallen, ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren, 30.000 Euro und 20 Euro Unterhalt pro Tag. Hier können wir natürlich in diese Halle reingehen. Es gibt hier drei Schiebetoure auf der Längsseite, dann gibt es hier einen Lichtschalter. Des Weiteren gibt es hier natürlich noch eine Tür, die ist natürlich nicht gebrauchbar, wenn das Tor offen ist. Dann gibt es hier noch eine Tür, des Weiteren gibt es auch hier noch eine Schiebetür und hier natürlich auch noch. Das war es denn auch schon von den Mods für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Möchtest du keine weiteren Mod-Videos verpassen und auch keine anderen Inhalte, die auf dem Kanal demnächst herauskommen werden, dann hol dir gerne dein Abo ab. Morgen erwarten wir Neuigkeiten zum DLC, was wahrscheinlich noch diesen Monat herauskommen könnte. Wir werden auch einiges innerhalb des Kanals hier verändern. Wir werden ein paar andere Themen ansprechen, wir werden ein paar andere Themen weglassen. Aber dazu erfahrt ihr natürlich im Livestream mehr, entweder morgen oder am Donnerstag mir mehr zu. Einfach das Abo abholen, damit du nichts verpasst, was hier auf dem Kanal geplant ist. Dann wünsche ich euch nochmal einen wunderschönen guten Start in die neue Woche. Genießt die Woche. Es soll nicht zu kalt werden. Ich glaube, das Wetter ist mittlerweile richtig schön frühlingshaft. Hier in Spanien ist es schon fast sommerlich heiß. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, beim morgigen Video wieder. Dann sage ich danke, tschüss und hasta luego.